So, jetzt scheint der Ball startbar zu sein. Boxen auf zum sechsten Rennen. Das fährt in breiter Front. Die Spitze geht an und laufen auf der Dark, gemeinsam mit Gemstone. Die Great Victor und der Außenseite ist noch weit draußen. Bill Piccino, der nach vorne steht, geht zum ersten Mal am Ziel vorbei. Und auf der Dark, Gemstone, außen in Piccino, um Prinz Priolo, sind die steuerbaren Pferde zu gehen, ist am Ziel vorbei. Die Kastanina, die hinein und die Führung weiterhin bei North of the Dark. Da ist der Gemstone, an der anderen Seite Christoph Kolumbus vor Prinz Priolo. Und da ist der, sieht man da, Trance Dumont mit dem Ticino, The Great Victor Bonacera. Das ist die Einfolge zu Beginn der E-Rahm im 9.10. Das war die Bromixer, der auch zu der Dame Ruhl. Da ist der E-Express mit der Chantina. So sind die Kille, Ausgang der Kastanina-Wee, und auch zum Tag bestimmt weiterhin die Base. Führt mit ziemlich genau einer Länge vor Gemstone. Dahinter Christoph Kolumbus an der Innenseite. Lichter des Prinz Priolo in vierter Position. Fünfter dann Prince Dumont. Sexta El Ticino. Dahinter an der Innenseite Bonacera. Vor Amiru stand Boramex. So geht es den Berg genau. Oriente Express sieht man dahinter. Und am Schluss Fadrikas. Die Fütter haben den Berg erreicht. Weiterhin war aus dem Tag an der Spitze. Gemstone in zweiter Position. Dritter ist dann der aufmarschierende Christoph Kolumbus dahinter. Prince Dumont in vierter Position vor. The Great Victor mit Bonacera. Es wird die Zielwanne gleich erreicht. Das VfL schließt dichter zusammen. War aus dem Tag weiterhin mit Gemstone in führender Position. So wir sind in einem noch knapp 500 Meter lang. Mit Gemstone dahinter. Christoph Kolumbus, Prince Dumont ist zur Schnelle. Weiter außen kommt Bonacera. Die Unbromix kommt ebenfalls. Aber die Führung geht jetzt an Prince Dumont. Prince Dumont an der in der Position. Denkt an Christoph Kolumbus mit Bromix. Bromix, Bromix mit zweitiges Sport. Christoph Kolumbus aus Bromix. Und jetzt kommt auch Frau Erzlitz. Und Bromix, der ist hier sicherlich. Und das zweitige der Kautta-Levendseite von UEC Express. Er kann noch bewusst nur dabei. Vielen Dank, Frank. Wicht auf an der… Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020